Hier spricht Ostra und den seht ihr auch. Bei der ersten Folge Outlast von Red Barrel Games. Und ich hab mich so darauf gefreut, dass es endlich rauskommt, weil es soll ja wohl der Mega-Horror-Survival-Spiel-Zeug sein, was rauskommt. Und ich bin so gespannt und wir gucken da jetzt direkt rein. Viel Spaß beim Gucken. Ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß wie mir. Outlast erhält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Hinhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Absur, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die anderen Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalten Mount Massive aufzudecken. Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer, um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wirklichkeit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl als weglaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Hört sich nicht gut an. Ach, ich bin so... Ich freu mich mega drauf. Wenigstens fahren wir mit dem Auto, boah, ich hab den Game Sound viel zu laut in den Kopf. Ich kann meine eigene Stimme kommen, ich hab keine Lust zu brüllen. Da ist es wohl, die Nervenheilanstalt. Und die sind alle verrückt nach mir. Und mich zu erschrecken, ist deren Aufgabe. Oder Schlimmeres. Es soll viele Parcours-Elemente haben. Also, dass man überall hochklettern kann und sich hier und da mal langhangeln und festhalten kann, um wegzukommen. Mal schauen, was es letztendlich bietet. Ich hab mir bestimmt hundertmal den Trailer angeschaut. Und, ähm... Nun sind wir da. Ich steig nicht aus. Es soll ja so mega... ...unheimlich sein. 17. September 2013. Betrefftipp illegale Aktivitäten bei der Merck of Psychiatric Systems. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war zwei Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Merck of Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit dem Kerl. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht. Und sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Merck of Schäffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Gute. Ja, die Batterien sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Wer vielleicht meine ein paar Amnesia-Sachen von mir kennt, der weiß, ohne Licht geht hier gar nicht. Gute. Okay. Achso, er testet gerade die Kamera. Alles klar, okay. Das war jetzt nicht ich, weil ich hatte auch die Tasten rumgedrückt, um das zu testen. Okay. Licht ist aus. Oh, nein. Gewittert sich schon anfang. Weiß ich nicht, ob das Osten ist, eventuell. Deine Ziele werden in deinem Notizblock-Tabulator aktualisiert. Dort findest du deine Notizen, N und gesammelten Dokumente. Kann das sein? Bestimmt. Mit der rechten Maustaste betätige ich hier die Kamera. Bin ich zu dick? Nein. Hier kann ich wahrscheinlich nichts machen. Schade. Links und rechts lehnen. Ah ja, okay, mittlerer scrollen, gleich zoomen. Und nach Sicht habe ich hier auch irgendwo. Erstmal nicht, okay. Das hatte ich dir automatisch. Wer weiß das schon. Drücke linke Maustaste, um die Tür schnell zu öffnen. Halte linke Maustaste und bewege dich vorwärts, um sie langsam zu öffnen. Okay. Ja, ja, genau. Drücke die rechte Maustaste, um dein Kämpfer zu öffnen, bereit zu machen. Ein Blatt. Wunder der Natur. Und dann nehme ich immer so kleine Szenen aus, oder was? Darum geht... Halte links... Umschalten links gerückt, um zu rennen. Oh, er wird... Langsam schneller. Was ist das? Militärwagen? Einladend. Mountmesserversheim. Klingeln sollte ich wahrscheinlich nicht. Die ist wohl verschlossen. Wow, der ist aber ganz schön wischig, wenn er hier um die Ecken geht. Aber so soll das wohl sein. Wie kommen wir rein in das gute Haus? Hier brennt er noch über Licht, da muss einer wach sein. Hätten doch klingeln sollen. Hallo. Okay, das hat die vorgeschlossen, ergeben nicht lang. Oh, was war das denn? Hm. Hier kommen wir nirgends so lang. Oh, oh, springen kann er auch mit Leertaste. Upsa. Springen kann er mit Leertaste. Und ich frag mich, wie wir jetzt... Sollte ich da was machen? Wie wir hier reinkommen werden? Und was uns wohl auf... Was wohl auf uns erwartet? Was wohl auf uns wartet? Ah, oh, hier. Haltesteuerung ist mit Wege in die Hacke zu gehen, mach ich. Die können sich aber klein machen. Ah ja, Sprecher tut er automatisch. Besser ist für mich. Wow. Einladende Geräusche? Eher nicht. Oh, und es zieht sich zu. Ehe verdammte Tür ist verschlossen. Also, im Betrieb scheint das hier nicht mehr zu sein. Wenn der Kammkörner einsatzbereit ist, kannst du mit Maus nach oben, nach unten hinein und hinaus zoomen. Ja, 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 das weiß ich doch schon. Okay, Geräuschkulisse ist wunderbar. Oh, das machst du alleine. Oh Gott, so leid, das Szenen mag ich gar nicht. Ich mag mit dieser Musik nicht. Hup. Oh, das hast du gelernt, nach oben zu sperren. Oh. Ah, das meine ich mit diesem Kletterpass... Mit diesem Kletterpassagen. Also, grafikmäßig ist das ja. Ich bin ich das alles überwältigt habe hier. Können wir darüber reden? Das Gameplay zu kommentieren. Flacker, flacker, flacker. Drücke F. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nachtsicht-Modus ist ekelhaft. Ähm, wenn ihr den Film Rack gesehen habt... Boah, Nachtsicht-Modus ist ekelhaft. Hoch 10. Und der Bildschirm ist nicht mehr so. Der andere wurde eingeschlagen. Okay, das geht auch ganz schön auf die Batterie. Oh, das mit den Türen ist so mies. Hallo? Hallo? Was? Drücke? Schließ sie doch leiser. Bitte. Wenn's geht. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Das... Oh, der Pope. Hallo, Mr. Pope. Hammermises Gameplay. Also ich bin jetzt schon in Angststarre und es ist noch nix passiert. Ich hab Schiss. Nein, 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 mach ich die Kamera weg. Ich hab Schiss. Und... Ich hab sowas von Schiss. Bewege dich in die Richtung. In der Engelstelle, richtig quer. Na gut, der Welt, da bin ich mir fast drauf gekommen. Oh Gott. Das hat mich jetzt aber... Das ist ne Batterie. Sehr gut. Batterie mitnehmen. Okay, er... Äh... Wechsle ich meine Batterien. Meine Güte. Ist das heftig oder was? Ist leider nicht umsonst das Ganze. Hier ist kein Licht. Doch, hier ist nichts drin. Boah, wie er die zuschmeißt. Das ist ekelhaft. Erstmal dieses gesammeltes Journal mit J im Notizbuch. Merkhoff Psychiatric Systems Projekt Wallrider. Mount Massive Co. Fall Nummer 174. Patienteninitialen WPH Billy. Datum 14.10.2013. Erste Patientenbefragung 12.14.2009. Alter des Patienten 19. Geschlecht männlich. Behandelnde Arzt Dr. Carl Houston. B... BD-Nummer. DB-Nummer. Therapiestatus. Patient behauptet, in selbstgesteuerte, luzide, Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische. Antriebsaktivitäten in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4 Hormonen. Diagnostik. Spirometrie. Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Meine Fresse, ich bin doch keine Arzt. Entschuldigung, ich bin kein Arzt. Wir Vermessungstechniker, da haben wir solche Worte nicht. Hämatokrit. Zertifizierung. Zentrifugierung zur Trennung von... Boah, meine Güte. Was? Erythrozyten? Erneut fehlgeschlagen. Höchstbesorgniserregend. MIR ergab arithmetische REM-Zyklen. Lachen in NRM-Phase. Eine gute Anmerkung. Billy erkundigte sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Merkow und die Psychiatrie. Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke. Trotz Billys Beteuerung, er habe die Wahrheit in den Blutträumen verfolgt. Von Dr. Tegger entdeckt, Anmerkung, die einzelne Person namens Tegger, die in den Unterlagen des Unternehmens ausgeführt ist, ist ein gewisser Richard Tegger, ein Angestellter von MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Merkow, blablabla, Projekt, Wallrider und blablabla. Wissen wir das auch. Also, bei Steam steht... Flacker, 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 hör auf! Dass es sich teilweise um echte Felle handelt... ... ... ich will mir das gar nicht vorstellen das macht die ganze sache noch schlimmer keine luft lüftung schächte keine lüftung schlecht aber das machen wir noch hier in die szene denke ich mal ich habe wahrscheinlich noch ohne ende zeit ein bisschen zeit haben da war schon mal ein insasse noch noch Oh, fuck you! Oh, der ist enthauptet. Oh, da liegen Köpfe im Regal. Oh, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich werde nicht mehr. Scheiße! Oh! Wir haben uns betötet. Wir sind rausgekommen. Du kannst sie nicht bekämpfen. Du musst dich verstecken. Scheiße, die Wand drin, da ist einer von den Typen. Was soll ich nur tun? Wo ist der hin? Oh, scheiße. Oh, fuck! Was ist das für ein Ditterchen? Geh weg! Scheiße! Oh, leck mich doch am Arsch. Und das geht jetzt das ganze Let's Play so? Hi! Ich bin nicht dein Freund. Lass mich in Ruhe. Ich will raus. Ich will das nicht alles wissen. Geh weg! Lass mich in Ruhe! Ich sehe, märziger Gott, du hast mich in den Apostel gelegt. Gehe dein Leben, Kind. Du hast eine Beziehung. Habe ich jetzt nicht alles verstanden, was er verschwaffelt hat. Auf jeden Fall. Oh Gott. Neues Ziel, flieh aus der Nervenanstalt. Benutze den Sicherheitsterminal, um den Haupteingang zu öffnen. Okay. Das soll es erstmal sein für diese Folge von Outlast. Und wenn das so weitergeht, muss ich mir ein zweites Paar Eier wachsen lassen, weil das ist mega, mega, mega übel. In der nächsten Folge werde ich meine Angst ein bisschen mehr überwinden. Dann gibt es ein bisschen mehr tiefes, blödsinniges Gameplay. Aber ihr wisst ja, oder ihr kennt mich vielleicht ein bisschen schon. Horrorspiele nehme ich sehr ernst und da kann ich nicht mal den lustigen raushängen lassen. Das geht leider nicht. Trotzdem bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.